Vorbei, auf diesem langen Weg, der für Liebe steht, war das für dabei, das alles sind wir, wir zwei. So, jetzt kommt ein schöner Ballade an, ihr könnt alle, auch da oben so, ich bin übrigens am ganzen Tag bei Florian, ja, Florian Silbereisen, ich habe ganz, ja, das habe ich an, und es ist das erste Mal, dass ich mich, wenn sie einen Tag und Liebe befolgen darf, aber jetzt kommt die große Show, weil ich glaube, wir hatten, immer jeder von uns hat irgendjemand, das wir sehr lieb haben, ne, und das ist den für den, okay. Ich würde gerne an euch sagen, dass ihr alles und gleich sich meine starke Welt auf MDR geguckt habt, wirklich, die Coden sind hammermäßig, ich weiß, das ist nur wegen euch, und ich freue mich auf 11. März, weil da kommen natürlich viele, Oh, nee, aber das gibt, ja, ich hätte jetzt auf die Toilette gehen müssen, aber ganz schnell, aber es gibt wirklich geniale Künstler, die am 11. März dabei sind, und ich glaube, wir interessieren, die sind alle da, und ich freue mich, wenn ich euch da auch ansehen könnte, aber jetzt kommt natürlich die Tarnatour. Und wir sehen uns hoffentlich natürlich auf der Florian Silbereisen-Tour, ne, irgendwo, da feiern wir ein bisschen, ne, so. Und wir sehen uns hoffentlich auch ein bisschen, ne, so.